Ja moin Leute, wir von Pottbeast sind heute für euch auf dem Block Trainer Event, ihr könnt ja schon mal sehen, wie das Ganze hier aussieht, schon ganz schön voll hier in der Messehalle, wir haben natürlich die passenden T-Shirts für euch an, wie man sehen kann, einmal hier, einmal hier, perfekto, und wir gucken mal, was hier so abgeht, bis später. Auf dem Event-Gelände gab es Foodtrucks mit echt leckerem Essen, wo für jeden was dabei war, natürlich alles bezahlbar mit Bitcoin, und in der Messehalle an sich, dann war ein super Klima mit super interessanten Themen und Speakern und auch Vorträgen. Das Event war so ausgerichtet, dass man eigentlich alles an Getränken und Essen mit Lightning oder Bitcoin an sich bezahlen konnte. Das war super leicht gemacht, super geil anwendbar, und es hat auch einfach nur mega Bock gemacht, endlich einfach mal auf eine andere Art und Weise bezahlen zu können. Bis zum nächsten Mal.